Hallo zusammen, am 7. Mai lädt die Space Party Crew mal wieder ein und sorgt für spannende Unterhaltung. Henry Maske und Regina Halmich werden zu Gast sein und es wird natürlich mal wieder gesammelt für einen guten Zweck. 30.000 Euro werden überreicht, unter anderem an die Sporthilfe Hessen, an die Ukraine Nothilfe und an die Henry Maske Stiftung. Also besorgt euch Karten ab 15 Euro, gebt diese bei 4All Sports in Duttenhofen.